Im März fuhr Jörg Armbruster für die ARD nach Syrien, um das Schicksal der Kinder im Krieg zu dokumentieren. In der Rebellenhochburg Aleppo im Norden des Landes wurde er selbst Opfer eines Anschlags. In Syrien ist ARD-Reporter Jörg Armbruster angeschossen worden. Der langjährige Fernsehkorrespondent für die Arabische Welt war bei Dreharbeiten in Aleppo gestern in einen Schusswechsel geraten. Dabei wurde er schwer verletzt. Allein in Aleppo, und das ist nur ein Teil von Nordsyrien, sollen 200 verschiedene jihadistische Brigaden unterwegs sein. Jeder hat versucht, sein eigenes Ding zu machen und zudem noch gegen die andere Seite, nämlich die Ersatzseite, zu kämpfen. Wissen Sie, von wem Sie beschossen wurden? Wir gehen davon aus, dass es von der Ersatzseite war. Denn ganz in der Nähe, wo wir waren, so haben wir es später rekonstruiert, gibt es eine Militärkaserne, so zwei Kilometer entfernt. Und diese Scharfschützen treffen auf zwei Kilometer. Er hat unser Auto gesehen, das Auto beschossen, mehr war das nicht. Und dann hatte ich... Hat denn das Auto irgendeinen Anlass, dass man es... Nein, wir waren nur auf der falschen Seite halt. Es war... Wir waren auf der falschen Seite und der Scharfschütze hatte möglicherweise nichts Besseres zu tun, als auf dieses Auto zu schießen. Und der erste Schuss traf niemanden, der zweite traf dann mich. Das heißt, die sind dort eingereist ohne wirklich offizielle Genehmigung, was viele Journalisten ja auch machen. Im Nordsyrien? Ja. Na ja, von den Rebellen hatten wir schon die Genehmigung, da einzureisen. Das hatten wir ja vorher abgesprochen von der syrischen Seite, also der Damaskusseite hatten wir natürlich keine Genehmigung. Hätten wir auch nie gekriegt, das geht so. Aber die Türken wissen, wir kriegen Ausreisestempel von der Türkei und wir kriegen dann bei der Ausreise auch einen Ausreisestempel von den Rebellen. Und das wird von den Türken anerkannt und insofern funktioniert da schon der Grenzverkehr. Ich weiß von einigen Kollegen, die sich da klar entscheiden, der eine übernimmt den Standpunkt, den Ort Damaskus und holt sich eine offizielle Genehmigung von dem Assad-Regime und so. Und die anderen gehen über die Türkei rein.